Wauw, was ist denn hier los Berlin? Berlin geht euch gut! To you, happy birthday to you, happy birthday liebe Bastille, happy birthday to you. Danke schön für dieses Ständchen, ja. Auch für den Glitzer. Wie bist du denn geworden? Hä, also 14? Mittlerweile 17, aber... Endlich, also nur noch ein Jahr, dann darfst du endlich mit uns feiern. Ja, endlich 18. Endlich mit uns feiern gehen. Und wir müssen ja sagen, wir feiern das total, hier in Berlin zu sein. Wir lieben Berlin, wir lieben euch. Danke, dass ihr alle da seid und wir haben was ganz 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 Tolles dabei. Und zwar, unser neues Album! Wäre alles schon unser neues Album. Guck mal, hier, guck mal, ich seh's schon. Das sind ja schon einige. Soll ich das mal zeigen? Ich seh das schon. Habt ihr das hier gekauft? In dem Torgo Shop? Hast du's hier geschrieben? Ja. Hier gerade bei Torgo Shop, ne? So sieht's aus. Wer hat das Album schon? Wer sich das Album hier kauft, bekommt was ganz 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 besonderes. Und zwar haben wir ein tolles Poster dabei. Das gibt's nur hier bei Torgo und das sieht so aus. Wollen wir zeigen das eben? Das sieht so aus und das unterschreiben wir gleich für und für euch. Natürlich bei der Autogrammstunde, da sitzen wir hier vorne links. Und genau, das gibt's dazu. Genau, also wenn ihr wollt, hier vorne beim Torgo Shop, würde uns auf jeden Fall freuen. Und ich glaub wir machen direkt weiter mit dem nächsten Mal. Ja, was kommt denn jetzt? Boah. Ich kann's mir nicht merken. Ich weiß es auch nicht. Der Mann weiß es aber, oder? Der Mann weiß es aber, oder? Der Mann weiß es aber, oder? Genau.